Heya! Ist der Snooppe? Ich bin der Diebster und ich heiße Willkommen zu einer neuen Runde Quark of Duty Warzone, wo wir eine weitere Partition nehmen werden! Und zwar Domino, weil das einzige Traktor ist, äh, was verhockt. Also... Wir müssen da unten irgendwo hin. Wir wollen aber erstmal nach oben hin. Ja, ich will das haben. Ab die Post. So, ich habe mich immer wieder aufgeregt, wieder gejagt und getötet, aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Ich will ein bisschen umgucken. Wo sind sie? Hinter mir? Ich habe wieder zu viele Leute mit gleicher Idee. Das gefällt mir nicht. Zu viele Leute mit gleicher Idee, leider. Das ist jetzt nicht beschissen. Na ja, ich will aber zu diesem Haus da hinten. Wo geht die Bombe wieder hoch? Okay, wir wollen da hinten hin. Nein! Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren! Irgendwas ist voll ne Scheißwaffe für meine Zwecke. Ich mag was net, aber... Was ist das Ding jetzt oben bei mir? Natürlich. Okay. Ich nehme lieber die Skar. Ich nehme aber die nehme ich auch lieber als diese blöde andere Waffe. Ich nehme lieber... Ich nehme lieber... Ich nehme lieber... ... ... ... ... ... ... ... Però... ... ... ... ... ... ... Was war das denn? Was war das denn jetzt? Zu seinem Fall ist das denn gekommen, ey. Er hat zugeschlagen. Ich wollte... Na ja, gut, ist das halt so passiert. Das könnte eine kurze Runde werden. Akimbo? Ja, war kurz. Ich hab lieber getroffen. Das war nix. Okay, nächste Runde. Vielleicht haben wir noch mehr Glück. Die war es einfach miserabel eben. Einmal mal festhalten. Okay, Flugzeug geht von da direkt rüber. Wir fliegen, wir gehen in den Park. Ne, wir gehen mal hier hin. No. Battle Royale. Das Gas breitet sich schnell aus. Begib dich in die Sicherheitszone. Ah ja, sind wir auf Nordflare noch weiter weg. Will das jemand, Arvin? Ich bin nicht sicher, ob ich da hin gehen will. Andererseits, wirklich weit weg von den Gegnern. Ich will ein bisschen mehr Spielzeit haben. Ach Gott, was war das denn, ey. Nach fünf Minuten im Tod. Also... Nicht mal. Hat es überhaupt so lange gedauert? Glaub nicht, ne? Ich hab mal eine Aufnahme Zeit von nur 10 Minuten. Ja, das ist wahrscheinlich schon weggeschnitten worden von mir, weil... Menü, Ladezeiten, Vorspiel etc. alles raus. Ähm... Ja, ne? Ja... Wenden wir auch hin. Wenden wir nicht. Wir haben mal nach hinten einen Herrn. Ich bin zu weit weg von irgendeinem Grundsätzlich. Können wir da runter. Können wir da lang gehen. Aber man hat immer die selbe Idee. Ich muss mal dem im Auge behalten. Was der da vorhat. Wo will er hin? Will er nicht? Will er da runter? Äh, er will auch da hin. Na ja, woher gehe ich? Nehme da hin. Dann gehe ich hier runter. Ist mir ja lieber auch recht, ehrlich. Ist mir... Ich hab's auch nicht so dringend. Also... Ab da rein. Ab da drauf. Ah, hat funktioniert. Okay, Leute. Legen wir uns ins Zeug. What? Gibt es Zugriffscode? Wo finde ich denn Zugriffscode dafür? Der Zugriffscode? Ist das neu? Noch nie gesehen. Kaum könnte. Na ja, deshalb nix. Was? Ah, das... Das gradierte ich eben im Training. Lief nicht wirklich gut damit. Hab einmal einen erschossen. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe. Okay. Immer ein Leben warmach. Ist ja keiner hinter mir gespawned. Geld... Nutz ich hier sehr zu selten. In einem schönen Spiel. Uah... Zugriffscode. Was mache ich damit? Keine Ahnung. Da brauche ich ja nicht irgendwo. Gibt es bestimmt den Code dafür? Ich weiß es nicht. Das sind wir jetzt auch nicht. Auch wenn ich neugierig reviere, was da drin ist oder so. Aber... Den Auto... Fahre ich auch nicht so gerne. Ist halt die Call of Duty und kein Battlefield. Ja... Das ist der schwarzen Begründung. Aber... Jetzt hätten wir eben auch den Code wieder heben können. Hätte ich mal eine, die ich reingepackt hatte. Ne? Die beiden. Aber... War ich wie auch zu fein für den feiner Herr. Oh... Vielleicht nehmen wir doch die. Moment. Willst du die Janger beeilen? Das ist ja perfekt. Da zieht die mich ja gerne. Da zieht die mich ja gerne. Weil ich ja gerne so ne... Weil ich gerne Waffe noch habe. Gut. Wir haben jetzt vier Minuten Zeit. Ah... Na fahren die. Fahr doch mit dem Auto. Ich fahre. Und die wache. Ja, wir sollen uns fahren. Werte Dame. Ah... Wir sind ein Freckpast her. Das ist der THR. THR war Korps. Ich wollte bei Korps durch die Warzone. Wer fährt den Kanar am schnellsten hinlang? Lass mal machen. Sag ich mal vor. Die Uhr tickt. Wer gibt dich zum Ziel. Kann ich ja gebrauchen. Da seh ich nicht damit. Kann ich was kaufen? Könnt ich. Will ich aber nicht. Der sieht mich nicht. Achso. Er ist weg. Du warst am Stadion. Und die Scheiße. Und die Scheiße. Okay. Estadion. Bogen. Los. In den. swagos. Handlung. Bogen. In den. In den. Auf. In den. Und. In. Feindliche Drohne über uns. Wasser singen. Wasser scheiße. Rosi scheiße. Beuterts. Aufentrag abgeschlossen. Deine Bezahlung wurde genehmigt. Oh. Okay. Wir müssen aber weiter in die Mitte. Gefällt mir ja lieber so was. Zum so hast du ja lieber so ne Waffe. Okay. 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 Über mir ist der. Also wie kommt er hoch? Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Scheiße. Ist er weg? Er ist weg. Er ist erschlossen. Wer wurde erschossen? Wer wurde erschossen? Mich der nächste? Weißt du? Da war auch nicht so viel Zeit, ne? Ja. Verneint da, ey. So ne Scheiße. Wer das überlegt. Ich hab ja die normalen Ausrüstung. Das fliegt gar nicht so übel. Hab ich da ja auch noch Thermalsicht. Witz. Ich weiß nicht, ob ich mich lang am Beilen hier. Der liegt doch noch. Der liegt tot. Das Gas breitet sich aus. Wenn ihr hier wisst. Oh ne. Oh. Und jetzt nicht zuziehen. Böker. Und dann zu Hause. Wie auf der Weile. Genau. Wenn man ins Beilen. Dann laufen wir gleich wieder hier raus. Auf dem Landbau. Wir müssen hier weg. Sonst werden wir gleich wieder eingefangen vom Gas. Wir müssen's beilen, ey. Scheiße, vorne ist die Zone-Zone, weil es hier vorne einer sein muss. Da ist die Zone relativ langsam. Ich habe noch keinen Sinn, ich habe einen. Oh, scheiße. Okay. Aber dann, wo sind die alle abgeblieben, diese Leute? Aber eigentlich habe ich ein paar Leute gesehen, einer hat mich beschossen, den habe ich auch erwischt, aber er ist noch nicht gestorben. Das hat etwas da weggekommen, irgendwie dahinter. Ich wollte den nicht aufsuchen, weil die Zeit halt davon lief. Was ist das denn? Aber ein Ventil-Teller ist das. Ein Ventil-Teller ist das hier. Da kommt auch einer. Irgendwie hier hoch, verdammt. Äh. Kann ich nicht. Ja, super, da, obwohl ich auch nicht mehr brauche. Feindliche Drohne über uns. Okay. Ich glaube nicht, dass hier der Herzfakt da noch was bringt. Der 1-Zone ist ja ganz nützlich. Aber jetzt komme ich auch nicht so weit. Das ist das Problem. Einmal, zweimal, ich kam eben mal dahin. Aber das zweite Mal habe ich gewonnen. Das war schon für mich echt das Highlight des Spiels hier. Okay. Okay, wir müssen weiter nie, wir müssen weiter nie Richtung. Wo denn? Da sehe ich natürlich nicht, der Helm ist ja sehen. Wurde er wirklich fassen? Ich sehe nichts, scheiße. Keine Ahnung. Das Gas breitet sich aus. Was? Da hin? Ey, Bia, war es richtig? Soccer Girl. Ist das ein Auto? Da muss das ja hier sein. Oh, scheiße. Da sehe ich natürlich keinen. Und wo war das? Was ist das? Das Gas kommt. Das Gas kommt. Der hat, der hat auch die selben Fähigkeiten wie ich. Was soll kommen da? Ich weiß nicht, wann gibt es hier Züge? Ich weiß nicht, wann gibt es hier einen Zug. Dann gibt es hier einen Zug. What? Kann ich da mitfahren? Ich weiß nicht, was es für neue Sachen gibt. Wie so ganz cool. Wie so ein Zug hier mitfährt. Hast du mal alles erlebt hier? I was on. Oh. Ich werde ja nicht gebrauchen, aber... Da wurde ich jetzt zu, dass ich das blöde Typ nicht angeschossen habe. Naja, wir müssen mal wieder Warners lang. Das wird... Man sieht, wie er hier drauf hat, wieder keinen Abschluss. Hätte ich ja mitgekriegt. Der eine hat wohl überlebt, aus irgendwelchen Gründen, die ich am Auto erschossen habe. Gefühlt erschossen habe. Aber er ist halt nicht erschossen worden. Naja, ist dann halt so, ne? Ich habe noch keines gesehen. Also gesehen habe ich schon, aber... ...noch keine erschossen. Gut, ich sage immer, einer reicht ja, ne? Wenn man hier mehr Halt in Sieg spielt. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, ganz ehrlich. Ich bin einfach nach ihm gestellt, aber... Mit dem Zug war es auch lustig. Ich habe noch nie gesehen, dass es hier einen Zug gibt. Kann ja auch sein, dass es neu ist. Ich habe nur zwei lächerliche Platten, ey. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Wann, da ist das hinten? Ich bin jetzt rüber. Okay, na ja. Ich sage mal so, ich kriege nicht viel Hauferei hier. Heute, heute, aber... Sache ein Abschluss reicht ja. Um zu gewinnen. Wenn, da hatte ich immerhin viel Spaß beim Vollverstecken. Das Gas breitet sich aus. Scheiße. Scheiße. Ich sage mal. ok wird alles auch noch zusammen, das wäre auch noch was hier ich habe mich nicht getroffen, ich habe mich verschreckt es ist damit unvorsichtig geworden ok 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 ja mit ok keine Panik schieben das Gas kommt da lieber einer rum da unten ok ok keine Panik ok da drinnen da drinnen muss ich sie raus das Gas weitet sich aus, Sicherheitszone verlegt es sind weniger als 10 Feinde übrig es sind weniger als 10 Feinde übrig es sind weniger als 10 Feinde übrig ... denn sieh nie mal ein das Gas kommt Feindliche Drohne über uns Da ist nix her. Okay. Ich bin immer in Top Ten. Sieh, Top Ten, Top Seven. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Feindliche Drohne über uns. Das Gas kommt. Das Gas kommt. Das abgeblieben. Oh, ich habe ihn nicht erwischt. Keine fünf Ziele mehr. Packen wir es an. Nice. Als ich den nicht getroffen habe. Ich habe den nicht getroffen. Der war fast tot. Der war fast tot. Aber naja. So ist das. Ah. Ich hätte noch... Na ja. Gut. Ganz okay. Mit einem Abschluss. Ja gut. Das sollte aber dann gewesen sein. Mit KfT Warzone für heute. Ich hoffe ihr hattet trotzdem Spaß daran. An zwei Runden. Eine war kurz, eine war jetzt bisschen länger. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke. Damit ihr wisst wann. Und wie es weiter geht. Denkt auch an, dass ihr mir folgen könnt. Auf Twitter und auf Facebook. Um aktuellen Stanz zu bleiben. Ihr könnt beitreten in der Steam Gruppe. Zum Disco Team euren Nennen. Let's Plays. Und ihr kommt auf den Discords einfach zum quatschen, zum kennenlernen, zum Spaß haben. Zum mitmachen, mit spielen und mit gestalten. Auf jeden Fall alles was Neues. Es gibt noch viel viel mehr. Und alles findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich sag danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.